Sie haben den Bedarf Ihres Kunden gründlich analysiert und wissen genau, wie die Lösung aussehen kann. Begeistert präsentieren Sie Ihren Vorschlag bis ins kleinste Detail. Am Anfang nickt Ihr Kunde noch zustimmend, doch je mehr Sie erzählen, desto reservierter verhält er Sie. Für Sie ein Ansporn, noch mehr Details zu erläutern und weiter in die Tiefe zu gehen. Nun sind Sie überzeugt, jetzt hat er es verstanden. Doch dann ein knappes, wir werden uns das überlegen und melden uns. In dem Fall wurden Sie Opfer der Information Buyers, eines weit verbreiteten Denkfehlers. Im Beratungsprozess nennt man das auch Überverkauf oder, auf den Punkt gebracht, Fachidiot schlägt Kunde tot. Häufig haben Verkäufer und Verkäuferinnen das Gefühl, Menschen können sich nur dann richtig entscheiden, wenn sie eine Fülle von Informationen zu dem betreffenden Thema haben. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Mehr an Informationen hilft nicht, besser zu wählen. Ganz im Gegenteil, wir sind überfordert und dadurch verunsichert. Ja, und überlegen Sie selbst. Sie möchten einen neuen Fernseher kaufen. Die Verkäuferin präsentiert Ihnen zehn unterschiedliche Geräte. Bei jedem erklärt sie im Detail jede Funktion, überschüttet sie mit einer Reihe von technischen Fakten. Wie leicht fällt Ihnen in einem solchen Fall die Entscheidung? Wenn Sie so gestrickt sind wie die meisten Menschen, gehen Sie verwirrt nach Hause und erwägen, bei einem alten Fernsehergerät zu bleiben. Für Sie als Verkäuferin, als Verkäufer bedeutet das, analysieren Sie gründlich den Bedarf Ihres Kunden. Fragen Sie gezielt nach den Erwartungen und den verschiedenen Anwendungsbereichen. Wenn Sie dann Ihren Vorschlag präsentieren, beziehen Sie sich auf die Aussagen Ihres Kunden. Und vor allem erläutern Sie, wie dieser von Ihrem Angebot profitiert. Denn eine Frau kauft keinen Lippenstift. Sie kauft Attraktivität. Ein Mann mittleren Alters kauft sich kein Motorrad. Er kauft sich Jugend. Ja und genau damit leisten Sie einen aktiven Beitrag, damit sich Ihr Kunde gut und vor allem leicht in Ihrem Sinne entscheiden kann.